Im neuen Golf 8 gibt es eine Technologie, die nennt sich Car2X. Was das genau ist, das schauen wir uns jetzt mal in diesem Video an. Car2X ist ein Kommunikationsverfahren und steht für Car2Car oder Car2Infrastructure. Das beschreibt mit was kommuniziert wird. Also das Auto kann entweder bei Car2Car mit einem anderen Auto kommunizieren oder bei Car2Infrastructure kann es mit der Umgebung kommunizieren. Umgebung, damit ist gemeint beispielsweise eine Ampel oder ein Baustellenschild etc. Der Vorteil von so einem solchen System ist zum einen Komfort und zum anderen Sicherheit. Das schauen wir uns jetzt auch direkt mal an einem Beispiel an und zwar mit der Ampel. Ich habe hier eine Kreuzung mal aufgezeichnet und hier unten ist ein schwarzes Fahrzeug. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Ampel kommunizieren kann mit dem Fahrzeug, dann gäbe es jetzt ein Szenario, in dem die Ampel mitteilt, wann sie die Grünphase einstellt. Und das Auto, was seine eigene Position kennt und Geschwindigkeit etc. könnte daraus berechnen, wie schnell es fahren muss, um genau über diese Grünphase zu fahren. Also beispielsweise würde es errechnen, okay mit der aktuellen Position muss ich 40 kmh fahren, dann komme ich genau über Grün. Zugegeben am Anfang ist es natürlich ein bisschen heikel, wenn man in einer 50er-Zone oder 70er-Zone 40 kmh fahren würde und hinter einem wäre ein anderes Fahrzeug. Das wird natürlich nicht aufhören zu hupen, weil es das nicht weiß, dass die Ampel demnächst auf Grün schaltet. Ein zweites Beispiel wäre, wenn hier oben in Rot, das wäre beispielsweise ein Einsatzfahrzeug, ein Polizeiwagen. Und jetzt ist es ja so, es kann sein, dass sich hier die Ampel in der Grünphase befindet und das schwarze Fahrzeug geht davon aus, dass es fahren kann und hört irgendwann das Einsatzfahrzeug oder sieht es und muss dann abbremsen. Aber es würde die Sicherheit deutlich erhöhen, wenn dieses Einsatzfahrzeug der Ampel sagen könnte, schalt bitte auf Rot, sodass es einfach die Kreuzung passieren kann. Dann würde dieses Fahrzeug schon viel früher unter Umständen erkennen, dass es jetzt nicht über die Kreuzung fahren kann und somit würde beispielsweise die Sicherheit erhöht werden. Schauen wir uns mal noch ein Beispiel an und zwar jetzt mit Car-to-Car-Kommunikation. Wir gehen mal davon aus, dass das Auto hier unten ein autonom fahrendes Fahrzeug wäre. Das heißt, wir haben Radarsensorik nach vorne, nach hinten, zur Seite, wir haben Kameras in alle Richtungen, so weit, so gut. Wir hätten hier auf der Fahrbahn ein Fahrzeug, das beispielsweise liegen geblieben wäre und jetzt ist es so, dass dieses Fahrzeug hier unten durch die Radarsensorik und die Kamera das Fahrzeug da oben erkennt und rechtzeitig abbremsen kann. Problematisch wird es aber, na, das sieht man jetzt nicht so gut, wenn genau auf dieser Ecke ein Gebäude steht. Es ist jetzt so, dass dieses Fahrzeug, wenn es autonom fährt, das immer noch können muss, aber es kann mit unter Umständen für den Fahrer nicht so angenehm sein, wenn direkt um die Ecke ein Fahrzeug liegen geblieben ist, weil dann bremst das Fahrzeug sehr abrupt ab. Hier würde Car-to-X auch nochmal einen Vorteil bringen und zwar Funk hat keine Probleme damit, um die Ecke zu funken. Das heißt, wir würden schon in diesem Fahrzeug gewarnt werden, dass hier ein Fahrzeug liegen geblieben ist, weil bei Car-to-X ist es jetzt so, dass das Fahrzeug freiwillig immer züglich Informationen über sich preisgibt und zwar wo es sich befindet, welche Geschwindigkeit es hat oder ob irgendeine spezielle Situation vorliegt, wie beispielsweise in diesem Fall, dass es liegen geblieben wäre. Somit können wir also schon vorher rechtzeitig abbremsen und uns auch auf so eine Situation einstellen. Ein zweites Beispiel wäre einfach auch nochmal der Polizeiwagen. Wenn jetzt keine Ampel hier wäre, die man auf Rot stellen kann, dann ist es ja immer noch so, dass dieser Polizeieinsatzwagen dieses Signal aussenden kann, dass er jetzt demnächst hier die Kreuzung passiert, egal ob irgendwelche anderen Autos kommen oder nicht, weil es halt ein dringender Notfall ist und dementsprechend könnten sich die anderen Fahrzeuge auch wiederum darauf einstellen. Das waren jetzt mal einige Beispiele zu diesen genannten Fällen, die ich hier aufgezeichnet habe. Dafür gibt es noch einen Haufen weitere Beispiele und ich weiß jetzt selber nicht, was zum Beispiel im Golf 8 an Features da freigeschalten wird. Das interessiert mich selber, wenn es demnächst soweit ist, was da alles machbar ist. Stand jetzt ist es natürlich so, dass es relativ wenig Ampeln gibt, die diese Technologie können. Es gibt wenig Baustellenfahrzeuge und man kann sich viele weitere Szenarien denken, beispielsweise Parkhäuser, die einem mitteilen, ob noch freie Parkplätze vorhanden sind. Aber was es da in Zukunft geben wird, das wird sich noch zeigen. Fest steht auf jeden Fall, umso mehr Fahrzeuge diese Technologie beherrschen, umso nützlicher ist sie. Es ist auch fürs autonome Fahren sehr hilfreich. Man geht zwar nicht davon aus, also man kann sich nicht zu 100% auf diese Technologie verlassen, was denke ich klar ist, weil es nie so sein wird, dass jedes Fahrzeug diese Technologie hat, wenn ich beispielsweise an Oldtimer oder sowas denke. Aber es erhöht doch die Sicherheit und den Komfort nochmal deutlich. Zum Schluss noch ein paar technische Details. Beispielsweise im amerikanischen Raum sagt man nicht Car2X, sondern V2X. Das steht für Vehicle2X. Oder man nennt es auch manchmal, sieht man den Begriff ITS. Das steht für intelligentes Transportsystem. Die Reichweiten bei Car2X sind einige hundert Meter bis zu ein, zwei Kilometer. Das hängt immer von den Umgebungsbedingungen natürlich ab. Hier kann man auch noch zu sagen, beispielsweise, wenn jetzt auf einer Autobahn entwickelt sich ein Stau und das erste Fahrzeug sendet eine Nachricht raus, dass es hier einen Stau erkannt hat, dann kann die Reichweite natürlich von der Nachricht erhöht werden, indem das nachfolgende Auto diese Nachricht einfach nochmal nach hinten weiterreicht. So kann man natürlich auch künstlich die Reichweite erhöhen. Gesendet wird 5,9 GHz Band mit 10 MHz Bandbreite. Das ist eine auf WLAN basierende Technologie. 802 Fp nennt sich der Standard. Die Nachrichten, die sind zudem signiert. Das heißt, es kann nicht jeder, also ich kann mich jetzt nicht zu Hause hier hinstellen und einfach mal rumfunken, hier wäre eine Baustelle, damit keiner mehr hier langfährt. Das funktioniert nicht so einfach. Verschlüsselt sind sie logischerweise nicht, damit jeder sie einsehen kann. Das hat natürlich auch zur Folge, dass ich Leute jetzt verfolgen kann, ohne dass ich Sichtkontakt brauche, weil ich die Nachrichten einfach auslesen kann. Allerdings geht das auch nur, wie eben schon gesagt, über diese Reichweite hinweg. Und es ist auch so, dass die Autos nicht eine eindeutige Kennung haben. Also diese Kennung wechselt ständig. Wenn ich jetzt abends mein Auto abstelle, fahre morgens los, dann habe ich eine andere Nummer, eine andere Adresse und dann kann mich keiner so dauerhaft verfolgen. Das war es zum Thema K2X. Wenn ihr dazu Fragen habt oder weiterführende Informationen, dann teilt uns die mit. Vielen Dank fürs Anschauen von dem Video und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.